Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den Hisense 65E7KQ Pro 164 cm, 65 Zoll, Fernseher. Ein beeindruckendes 4K UHD QLED Smart TV Modell aus dem Jahr 2023. Mit einer Vielzahl von High-End Funktionen wie HDR, Dolby Vision IQ, 144 Hz VRR, HDMI 2.1, Game Mode Pro, Triple Tuner, Alexa Biltin und Dolby Atmos, verspricht dieser Fernseher ein erstklassiges Heimkino-Erlebnis. Lasst uns direkt einsteigen und sehen, was dieses Gerät zu bieten hat. Beginnen wir mit den herausragenden Merkmalen dieses Fernsehers. Der Hisense 65E7KQ Pro nutzt Quantum Dot Color Technologie, die für präzise Kontraste und höchste Farbbrillanz sorgt. Dank der High-View Engine und dem Quad-Core Prozessor wird ein erweitertes Farbvolumen, Detailreichtum und Spitzenhelligkeiten erreicht. Für Gamer bietet der Game Mode Pro mit 144 Hz und FreeSync Premium ein pures Spielvergnügen. Der Fernseher schaltet automatisch in den Game Modus mit der geringsten Latenz, was besonders bei schnellen Spielen von Vorteil ist. Dolby Vision IQ verstärkt die Fernseheinstellungen, sodass feinere Details selbst in dunklen Szenen sichtbar werden. Die UHD Eye Upscaling Technologie optimiert das FHD-Signal auf nahezu 4K-Qualität, indem sie das Farbspektrum Angrensender Pixel analysiert und die Farbgebungsszene für Szene optimiert. Dolby Atmos sorgt für ein kraftvolles Sounderlebnis, das den Effekt simuliert, dass der Sound nicht nur von vorne und unten kommt, sondern auch von oben. Nun zu den Bewertungen. Tobias V. lobt die einfache Installation, die übersichtlichen Menüs und die Top-Bild- und Tonqualität. Er bemängelt jedoch die Fernbedienung und die eingeschränkte App-Auswahl. Lisa ist begeistert von der schnellen Lieferung und der einfachen Einrichtung. Sie hebt die hervorragende Bildqualität und die gute Tonqualität hervor, besonders im Zusammenhang mit der PS5. Kaffeekocher hebt die hervorragende Bildqualität und die einfache Bedienung hervor, bemängelt jedoch die Schwarzwertdarstellung in dunklen Räumen. Er empfiehlt eine Hintergrundbeleuchtung als Lösung. Zellus lobt die hohe Bildqualität, das moderne Design und die umfangreichen Smart-TV-Funktionen. Er empfiehlt jedoch eine zusätzliche Soundbar für ein intensiveres Audioerlebnis. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hisense 65E7KQ Pro ein beeindruckender Fernseher ist, der durch seine hervorragende Bildqualität, moderne Technologie und umfangreichen Funktionen überzeugt. Er bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist besonders für Gamer und Heimkino-Enthusiasten geeignet. Wenn ihr auf der Suche nach einem hochwertigen Fernseher seid, der euch ein erstklassiges Seherlebnis bietet, dann ist der Hisense 65E7KQ Pro definitiv eine Überlegung wert. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und das Gerät direkt bei Amazon zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!